Farbstichige Dias, verblichende Negative. Leider geht die Zeit nicht spurlos an Ihren Erinnerungen vorüber. Zum Glück können Sie nun Ihre alten Schätzchen ganz einfach mit diesem Somicon Scanner digitalisieren. Der kompakte Scanner macht das Digitalisieren zum Kinderspiel. Er wird direkt per USB an dem PC angeschlossen. Dias oder Negative werden einfach in die beigelegten Schienen gelegt und diese in den Scanner geschoben. Ein Knopfdruck? Schon wird gescannt. Mit dem mitgelieferten Software Photomizer Scan holen Sie auch aus verblassten oder farbstichigen Bildern blitzschnell das Beste heraus. Bildfehler, Staub, das alles lassen Sie am PC blitzschnell verschwinden. So erstrahlen Ihre Dias und Negative blitzschnell im alten Glanz. Damit der Scanner gute Resultate erzielt, sollten Sie ihn von Zeit zu Zeit mit der beiliegenden Reinigungsbürste säubern. Sicher und platzsparend auf Festplatte gespeichert, haben Sie so noch lange Freude an Ihren Fotoerinnerungen. Schlagen Sie gleich zu und legen Sie los. Sie werden erstaunt sein, was für alte Schätze sich noch unter Ihren Fotos und Negativen befinden. Schöne 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017